EisbärenTV. Bärenstark. So, jetzt haben wir an der Seite Kevin Schmidt. 2 zu 2 nach dem ersten Drittel. Die Eisbären wirken wie verändert. Grandioses, erstes Drittel. Was habt ihr gemacht, dass ihr von mir so Eishockey spielen könnt? Ach, ich glaube wir konnten schon immer Eishockey spielen, aber jetzt bringen wir halt die Leistung wirklich aufs Eis und es ist jetzt wichtig, dass wir das über 60 Minuten machen und ja einfach weiterspielen. Es ist eng, es steht 2 zu 2, es waren zwei dumme Tore, die müssen wir noch verhindern, das muss besser werden, aber ansonsten ist alles dringend. Wir kämpfen, das ist das Wichtige und schauen wir, was draus wird. Super, dann wünsche ich dir noch alles Gute zu deinem Geburtstag. Der Kameramann und ich mit dringend nach dem Spiel gerne Weizen. Viel Glück bis das zweite Drittel und wir sehen uns in der zweiten Drittelpause wieder. Danke.